Herzlich Willkommen zu einem weiteren Folge bei Serpentisodii. Heute werden wir in diesen Gebäude gehen. Mal schauen, was hier zu holen ist. Ich suche mal einen Weg, wie wir reinkommen. Da ist eine Tür. Zugebaut. Aha, okay. Dann suchen wir einen anderen leichten Weg, Anführungszeichen. Aufzug gebaut. Hier schwebt was in der Luft, Stahl. Haben wir genug, brauchen wir nicht. Hier gibt es sehr viel Material zu holen, Anführungszeichen. Nur Material, Rohstoffe ohne Ende. Ich hab was gehört. So, hier hinten. Die verraten den Gang, sind wir so kurz vorsichtig. Musik. Die Tür ist auch zu. Wisst ihr was? Wir probieren uns hier mal ein Glück. Wenn das nicht gerade 10.000 ist, wenn wir uns hier mal... Ja. Ich bin nicht alleine. Mal aufpickern, ne? Das sollte kein Problem sein. Auf und 200. Das geht davor. Hier sind zwei Stück drin, ne? Das wollen wir mal erledigen, ne? Das können wir mal erledigen, ne? DB. Wie? Kopf! Du nicht. So, die Flanken Achtung Nummer 3 Blumen imos. und und blutsch hat er gemacht aber ich will rein wenn die renne geladen gesehen ja, hier gibt es genug hier hier ist ein großes gebäude, da kann man sich verlaufen schneller ja, das blut spritzt hier ja, hier war die Tür offen gut wie gesagt, zum Anfang nur säubern ja ein Stückchen weiter gehen ja, das blut spritzt hier 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 oder gar nicht Ich habe den Stahl gebaut, aber es ist nur ein bisschen leichter, wenn du sagst. Es ist alles freundlich. Ja. Da wollen wir rein, ne? Schauen wir mal, ob es schon geht. Die Tür auf jeden Fall, die Tür ist mir nicht mehr drin, ne? Eisen so ein bisschen Nebeneffekt, aber man geht zum Messing. Ich kann zwar auch die Axt rausholen, aber ich gucke gleich wieder Eis. Zwei Stück immerhin, aber gut. Oh, hier gibt es ein Safe. Also noch Pengel, ich habe zwar auch schon ein paar, aber leider macht es so blöd zu. Andere Sachen sind immer wichtiger noch nicht. Versuche es jetzt. Die Haare gewaschen und nass. Versuche es auch können wir nicht liegen lassen, ne? Immerhin, ne? Bisschen Munition. Also, der Piker ist schon was wert, also die ist schon gut. Mal schauen wir noch was. Ich habe fünf. Ich brauche nur mit vier Munitionen und muss ein Messing brauchen, leider. Gut, ich bin erst gar nicht so hoher. Jetzt sind wir mal ein Pfandsgewalt, ne? Nichts versteckt. Drei mehr sehen. Drei mehr sehen. Erst mal oben, vielleicht kommt der Zombies entgegen. Dann kann man die aller Ruhe abholen, bevor wir uns erreichen können, ne? Leute wollten ich dann schon mal besuchen können. Heute mache ich das Ganze mit neuen Anstellungen in OBS. mal schauen ob das besser wird bisher die meldung an grenzen hallo wo hast du dich hier gesteckt hier ist die türen hier ist die türen raufene durchgang das ist wirklich wie ist denn das 12 dinge Schöne gelben Säcke, mal gut drin ist. Die scheint ein Näs zu sein, also echt, echt groß ist. So, du bist erlöst von deinen Qualen. Hier ist ein WC oder allgemein. Wo kommt der Dinger zu her? Mit der kommen meistens Hunde auch, deshalb bin ich mal gut gesprungen. Oh lord. Da wird die Demolation noch knappiert. Hunde. Hunde. Das heißt Geduld haben. Nachladen. 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 Und Maschinengewerde. Hunde. Hunde kommt garantiert, das dauert nicht mehr lange. Hunde kommt. Hunde kommt. Hunde kommt. sich durch die wand kramen weiß nicht genau wo also eine frage der zeit da sind sie hier die runde hören könnt ihr auch hören ruhe die haben sich kurz beruhigt ja hier mal das freundlich klimmer geworden hauptsache findet ihr mit munition das klappt gut stellen wir in der fahre der zeit die da Oh, diese Böse. Die Spannung steigt. Irgendwo müssen wir kommen. Ist das draußen draußen? Oh, klar, Gras. War das Panzerglas? Könnte sein. War das Panzerglas? Daneben. Volltreffer. Die anderen finden auch noch so mehr. Zieh die Ferien handelt. War das Panzerglas. Die voll sind noch zu zerstören jaensurdert. Zu still debugtern! Wie. Geh auf! Oh! Barella ist vor, sich schweib1. Da ist ein SchAU! Nicht Vorträge, alle Rammel. Wahnsinn! Aufmobbelung, weg! Ich nenne dich das. Ha ha ha! Hier irgendwo! Da ist noch ein bisschen... Da geht es noch... Keine Ahnung... Ganz stark... Was haben die nur zu sich genommen? Draußen? Da kann ich noch besser sehen und früher erschießen. Die sind einfach nicht so gut. Geh, jetzt. Die sind nicht so gut. 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 Ich bin so gut. Oh, oh, oh. für eine runde gehört doch jetzt nach vorne holen wenn man die messer umlegen ja 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 Die haben sich hier einge... hier gibt es bergtonik abbauen die wir hier mal gesichert haben ich glaube hier ist keiner mehr wieder umbauen ich brauche nicht mehr als 100 teilen, ganz wichtig jetzt kommen wir nie wieder her Ich denke mal, da muss ich Kader so groben. Ich brauche auch nicht so so ein Bauen, außer reparieren, ne? Federn. Oh, das lohnt sich schon ein bisschen. Ich würde den Abbau noch leid machen. Dann sagen wir mal Tschüss, obige Winkel, tschau tschau. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, jetzt geht's weiter, dass Action kommt. Tschüss und tschau tschau bis dann. Tschüss. 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 Schau rau. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.